Basis aller Dialektik Zuvörderst ist zu betrachten das Wesentliche jeder Disputation, was eigentlich dabei vorgeht. Der Gegner hat eine These aufgestellt oder wir selbst, das ist gleich. Sie zu widerlegen gibt zwei Modi und zwei Wege. Erstens die Modi. Ad Rem, auf die Sache bezogen. Ad hominem, auf den Menschen bezogen oder ex concessis, aufgrund der Einräumungen des Gegners. Das heißt, wir zeigen entweder, dass der Satz nicht übereinstimmt mit der Natur der Dinge, der absoluten, objektiven Wahrheit, oder aber nicht mit anderen Behauptungen oder Einräumungen des Gegners, das heißt mit der relativen, subjektiven Wahrheit. Letzteres ist nur eine relative Überführung und macht nichts aus über die objektive Wahrheit. Zweitens die Wege. Direkte Widerlegung, indirekte. Die direkte greift die These bei ihren Gründen an, die indirekte bei ihren Folgen. Die direkte zeigt, dass die These nicht wahr ist, die indirekte, dass sie nicht wahr sein kann. Erstens, bei der direkten können wir zweierlei. Entweder wir zeigen, dass die Gründe seiner Behauptung falsch sind, nego maiorem, minorem, ich bestreite den Obersatz, den Untersatz. Oder wir geben die Gründe zu, zeigen aber, dass die Behauptung nicht daraus folgt. Nego consequentiam, ich bestreite die Schlussfolgerung. Greifen also die Konsequenz, die Form des Schlusses an. Zweitens, bei der indirekten Widerlegung gebrauchen wir entweder eine Apagoge oder eine Instanz. A. Apagoge. Wir nehmen einen Satz als wahr an. Nun zeigen wir, was daraus folgt, wenn wir in Verbindung mit irgendeinem anderen als wahr anerkannten Satze selbigen als Prämisse zu einem Schlusse gebrauchen und nun eine Konklusion entsteht, die offenbar falsch ist, indem sie entweder der Natur der Dinge oder den anderen Behauptungen des Gegners selbst widerspricht, also ad rem oder ad hominem falsch ist. Folglich auch der Satz falsch war. Denn aus wahren Prämissen können nur wahre Sätze folgen, obwohl aus falschen nicht immer falsche. B. Die Instanz, Instasis, Exemplum in Contrarium, Gegenbeispiel. Widerlegung des allgemeinen Satzes durch direkte Nachweisung einzelner unter seiner Auffassung begriffener Fälle, von denen er jedoch nicht gilt, also selbst falsch sein muss. Dies ist das Grundgerüst, das Skelett jeder Disputation. Wir haben also ihre Osteologie. Denn hierauf läuft im Grunde alles Disputieren zurück. Aber dies alles kann wirklich oder nur scheinbar mit echten oder mit unechten Gründen geschehen. Und weil hierüber nicht leicht etwas sicher auszumachen ist, sind die Debatten so lang und hartnäckig. Wir können auch bei der Ausweisung das Wahre und Scheinbare nicht trennen, weil es eben nie zum Voraus bei den Streitenden selbst gewiss ist. Daher gebe ich die Kunstgriffe ohne Rücksicht, ob man objektive Recht oder Unrecht hat. Denn das kann man selbst nicht sicher wissen. Und es soll ja erst durch den Streit ausgemacht werden. Übrigens muss man bei jeder Disputation oder Argumentation überhaupt über irgendetwas einverstanden sein, daraus man als einem Prinzip die vorliegende Frage beurteilen will. Contra negantem Principia non est disputandum. Mit einem, der die Anfangssätze bestreitet, ist nicht zu streiten. Kunstgriff 1 Die Erweiterung Die Behauptung des Gegners über ihre natürliche Grenze hinausführen, sie möglichst allgemein deuten, in möglichst weitem Sinne nehmen und sie übertreiben. Seine eigene dagegen in möglichst eingeschränktem Sinne, in möglichst enge Grenzen zusammenziehen. Weil je allgemeiner eine Behauptung wird, desto mehreren Angriffen sie bloß steht. Das Gegenteil ist die genaue Aufstellung des Punkti, Streitpunkts oder Status Kontroversie, der Streitlage. Exempel 1 Ich sagte, die Engländer sind die erste dramatische Nation. Der Gegner wollte eine Instanzia versuchen und erwiderte, es wäre bekannt, dass sie in der Musik folglich auch in der Oper nichts leisten können. Ich trieb ihn an durch die Erinnerung, dass Musik nicht unter dem dramatischen Begriffen sei, dies bezeichne bloß Tragödie und Komödie, was er sehr wohl wusste und nur versuchte, meine Behauptung so zu verallgemeinern, dass sie alle theatralischen Darstellungen, folglich die Oper, folglich die Musikbegriffe, um mich dann sicher zu schlagen. Man rette umgekehrt seine eigene Behauptung durch Verängerung derselben über die erste Absicht hinaus, wenn der gebrauchte Ausdruck es begünstigt. Exempel 2 A sagt, der Friede von 1814 gab sogar allen deutschen Hansestädten ihre Unabhängigkeit wieder. B gibt die Instanzia in Contrarium, dass Danzig die ihm von Bonaparte verliehene Unabhängigkeit durch jenen Frieden verloren. A rettet sich so. Ich sagte, alle deutschen Hansestädten. Danzig war eine polnische Hansestadt. Diesen Kunstgriff lehrt schon Aristoteles Topik. Exempel 3 Lamarck Philosophie Solik spricht den Polypen alle Empfindungen ab, weil sie keine Nerven haben. Nun aber ist es gewiss, dass sie wahrnehmen. Denn sie gehen dem Lichte nach, indem sie sich künstlich von Zweig zu Zweig fortbewegen. Und sie haschen ihren Raub. Daher hat man angenommen, dass bei ihnen die Nervenmasse in der Masse des ganzen Körpers gleichmäßig verbreitet, gleichsam verschmolzen ist. Denn sie haben offenbar Wahrnehmungen ohne gesonderte Sinnesorgane. Weil das dem Lamarck seine Annahme umstößt, argumentiert er dialektisch so. Dann müssten alle Teile des Körpers der Polypen jeder Art der Empfindung fähig sein und auch der Bewegung, des Willens, der Gedanken. Dann hätte der Polyp in jedem Punkt seines Körpers alle Organe des vollkommensten Tieres. Jeder Punkt könnte sehen, riechen, schmecken, hören und so weiter. Ja, denken, urteilen, schließen. Jedes Partikel seines Körpers wäre ein vollkommenes Tier und der Polyp selbst stände höher als der Mensch, da jedes Teilchen von ihm alle Fähigkeiten hätte, die der Mensch nur im Ganzen hat. Es gäbe ferner keinen Grund, um was man vom Polypen behauptet, nicht auf die Monade, das Unvollkommenste aller Wesen auszudehnen und endlich auf die Pflanzen, die doch auch leben, und so weiter. Durch Gebrauch solcher dialektischen Kunstgriffe verrät ein Schriftsteller, dass es sich im Stillen bewusst ist, Unrecht zu haben. Weil man sagte, der ganze Leib hat Empfindung für das Licht, ist also nervenartig, macht er daraus, dass der ganze Leib denkt. Kunstgriff 2 Die Homonymie benutzen, um die aufgestellte Behauptung auch auf das auszudehnen, was außer dem gleichen Wort wenig oder nichts mit der in Rede stehenden Sache gemein hat, dies dann lukulent wiedergeben und so sich das Ansehen geben, als habe man die Behauptung widerlegt. Anmerkung Synonymer sind zwei Worte für denselben Begriff. Homonymer zwei Begriffe, die durch dasselbe Wort bezeichnet werden. Siehe Aristoteles Tief, schneidend, hoch, bald von Körpern, bald von Tönen gebraucht, sind Homonymia. Ehrlich und redlich Synonymia. Man hat diesen Kunstgriff als identisch mit dem Sophisma Ex Homonymia zu betrachten. Jedoch das offenbare Sophisma der Homonymie wird nicht im Ernst täuschen. Omne lumen potest extingui, intellectus ist lumen, intellectus potest extingui. Alles Licht kann ausgelöscht werden, der Verstand ist ein Licht, der Verstand kann ausgelöscht werden. Hier merkt man gleich, dass vier Termini sind, lumen eigentlich und lumen bildlich verstanden. Aber bei feinen Fällen täuscht es allerdings, namentlich wo die Begriffe, die durch denselben Ausdruck bezeichnet werden, verwandt sind und ineinander übergehen. Exempel 1 A Sie sind noch nicht eingeweiht in die Mysterien der kantischen Philosophie. B Ach, wo Mysterien sind, davon will ich nichts wissen. Exempel 2 Ich tadelte das Prinzip der Ehre, nach welchem man durch eine erhaltene Beleidigung ehrenlos wird, es sei denn, dass man durch sie eine größere Beleidigung erwidere, oder durch Blut, das des Gegners oder sein eigenes abwasche, als unverständig. Als Grund führe ich an, die wahre Ehre könne nicht verletzt werden, durch das, was man litte, sondern ganz allein durch das, was man täte. Denn widerfahren könnte jedem jedes. Der Gegner machte den direkten Angriff auf den Grund. Er zeigte mir lukulent, dass wenn einem Kaufmann Betrug oder Unrechtlichkeit oder Nachlässigkeit in seinem Gewerbe fälschlich nachgesagt würde, die sein Angriff auf seine Ehre sei, die hier verletzt würde, lediglich durch das, was er leide, und die er nur herstellen könne, indem er solchen Angreifer zur Strafe und Widerruf brächte. Hier schob er also durch die Homonymie, die bürgerliche Ehre, welche sonst guter Name heißt, und deren Verletzung durch Verleumdung geschieht, dem Begriff der ritterlichen Ehre unter, die sonst auch Pont d'honneur heißt, und deren Verletzung durch Beleidigungen geschieht. Und weil ein Angriff auf erstere nicht unbeachtet zu lassen ist, sondern durch öffentliche Widerlegung abgewehrt werden muss, so müsste mit demselben Recht ein Angriff auf letztere auch nicht unbeachtet bleiben, sondern abgewehrt werden durch stärkere Beleidigungen und Duell. Also ein Vermengen zwei wesentlich verschiedener Dinge durch die Homonymie des Wortes Ehre und dadurch eine Mutatio Controversie, Veränderung der Streitfrage, zu Wege gebracht durch die Homonymie. Kunstgriff 3 Die Behauptung, welche beziehungsweise katate relative aufgestellt ist, nehmen, als sei sie allgemein, simpliciter, aplos sigma, absolute, aufgestellt, oder wenigstens sie in einer ganz anderen Beziehung auffassen und dann sie in diesem Sinn widerlegen. Das Aristoteles-Beispiel ist, der Moor ist schwarz, hinsichtlich der Zähne aber weiß, also ist er schwarz und nicht schwarz zugleich. Das ist ein ersonnenes Beispiel, das niemandem ernst täuschen wird. Nehmen wir dagegen eins aus der wirklichen Erfahrung. Exempel 1 In einem Gespräch über Philosophie gab ich zu, dass mein System die Quietisten in Schutz nehme und lobe. Bald darauf kam die Rede auf Hegel und ich behauptete, er habe großenteils Unsinn geschrieben oder wenigstens wären viele Stellen seiner Schriften solche, wo der Autor die Worte setzt und der Leser den Sinn setzen soll. Der Gegner unternahm nicht dies ad rem zu widerlegen, sondern begnügte sich, das Argumentum ad hominem aufzustellen. Ich hätte soeben die Quietisten gelobt und diese hätten ebenfalls viel Unsinn geschrieben. Ich gab dies zu, berichtigte ihn aber darin, dass ich die Quietisten nicht lobte als Philosophen und Schriftsteller, sondern wegen ihrer theoretischen Leistungen. Also nicht wegen ihrer theoretischen Leistungen, sondern nur als Menschen wegen ihres Tuns, bloß in praktischer Hinsicht. Bei Hegel aber sei die Rede von theoretischen Leistungen. So ward der Angriff pariert. Die ersten drei Kunstgriffe sind verwandt. Sie haben dies gemein, dass der Gegner eigentlich von etwas anderem redet, als aufgestellt worden. Man beginge also eine Ignoratio Elenchi, Unkenntnis des Gegenbeweises, wenn man sich dadurch abfertigen ließe. Denn in allen aufgestellten Beispielen ist, was der Gegner sagt, wahr. Es steht aber nicht in wirklichem Widerspruch mit der These, sondern nur in scheinbarem. Also negiert der von ihm Angegriffene die Konsequenz seines Schlusses, nämlich den Schluss von der Wahrheit seines Satzes auf die Falschheit des Unsrigen. Es ist also direkte Widerlegung seiner Widerlegung per Negationem konsequentie, durch Bestreitung der Schlussfolgerung. Wahre Prämissen nicht zugeben, weil man die Konsequenz vorhersieht. Dagegen also folgende zwei Mittel, Regel 4 und 5. Kunstgriff 4. Wenn man einen Schluss machen will, so lasse man denselben nicht vorhersehen, sondern lasse sich unvermerkt die Prämisse einzeln und zerstreut im Gespräch zugeben, sonst wird der Gegner allerhand Schikanen versuchen. Oder wenn zweifelhaft ist, dass der Gegner sie zugebe, so stelle man die Prämissen dieser Prämissen auf. Mache Proselyogismen, lasse sich die Prämissen mehrerer solcher Proselyogismen ohne Ordnung durcheinander zugeben, also verdecke sein Spiel, bis alles zugestanden ist, was man braucht. Führe also die Sache von Weitem herbei. Diese Regeln gibt Aristoteles. Bedarf keines Exempels. Kunstgriff 5. Man kann zum Beweis seines Satzes auch falsche Vordersätze gebrauchen, wenn nämlich der Gegner die Waren nicht zugeben würde, entweder weil er die Wahrheit nicht einsieht oder weil er sieht, dass die Thesis sogleich daraus folgen würde. Dann nehme man Sätze, die an sich falsch sind, aber ad hominem wahr sind und argumentiere aus der Deckungsart des Gegners ex concessis. Denn das Wahre kann auch aus falschen Prämissen folgen, wie wohl nie das Falsche aus Waren. Ebenso kann man falsche Sätze des Gegners durch andere falsche Sätze widerlegen, die aber für Wahrheit. Denn man hat es mit ihm zu tun und muss seine Denkungsart gebrauchen. Zum Beispiel ist der Anhänger irgendeiner Sekte, der wir nicht beistimmen. So können wir gegen ihn die Aussprüche der Sekte als Prinzipia gebrauchen. Kunstgriff 6 Man macht eine versteckte Petitio Principii, indem man das, was man zu beweisen hätte, postuliert. Entweder erstens unter einem anderen Namen, zum Beispiel statt Ehre guter Name, statt Jungfrauschaft Tugend und so weiter, auch Wechselbegriffe, rotblütige Tiere statt Wirbeltiere. Zweitens oder was im Einzelnen streitig ist, im Allgemeinen sich geben lässt, zum Beispiel die Unsicherheit der Medizin behauptet, die Unsicherheit alles menschlichen Wissens postuliert. Drittens Wenn vice versa zwei auseinander folgen, das eine zu beweisen ist, man postuliert das andere. Viertens Wenn das Allgemeine zu beweisen und man jedes Einzelne sich zugeben lässt, das Umgekehrte von Nummer zwei. Über die Übung zur Dialektik enthält gute Regeln das letzte Kapitel der Tropica des Aristoteles. Kunstgriff sieben Wenn die Disputation etwas streng und formell geführt wird und man sich recht deutlich verständigen will, so verfährt der, welcher die Behauptung aufgestellt hat und sie beweisen soll, gegen seinen Gegner fragend, um aus seinen eigenen Zugeständnissen die Wahrheit der Behauptung zu schließen. Diese erothematische Methode war besonders bei den Alten im Gebrauch, heißt auch sokratische. Auf dieselbe bezieht sich der gegenwärtige Kunstgriff und einige später folgende. Sämtlich frei bearbeitet nach des Aristoteles lieber der Elenchis Sophisticis. Viel auf einmal und weitläufig fragen, um das, was man eigentlich zugestanden haben will, zu verbergen. Dagegen seine Argumentation aus dem Zugestandenen schnell vortragen. Denn die langsam vom Verständnis sind, können nicht genau folgen und übersehen die etwaigen Fehler oder Lücken in der Beweisführung. Kunstgriff 8 Den Gegner zum Zorn reizen. Denn im Zorn ist er außerstand richtig zu urteilen und seinen Vorteil wahrzunehmen. Man bringt ihn in Zorn dadurch, dass man unverhohlen ihm Unrecht tut und schikaniert und überhaupt unverschämt ist. Kunstgriff 9 Die Fragen nicht in der Ordnung tun, die der daraus zu ziehende Schluss erfordert, sondern in allerhand Versetzungen. Er weiß dann nicht, wo man hinaus will und kann nicht vorbauen. Auch kann man dann seine Antworten zu verschiedenen Schlüssen benutzen, sogar zu Entgegengesetzten, je nachdem sie ausfallen. Dies ist dem Kunstgriff 4 verwandt, dass man sein Verfahren maskieren soll. Kunstgriff 10 Wenn man merkt, dass der Gegner die Fragen, deren Bejahung für unseren Satz zu brauchen wäre, absichtlich verneint, so muss man das Gegenteil des zu gebrauchenden Satzes fragen, als wollte man das bejaht wissen oder wenigstens ihm beides zur Wahl vorlegen, dass er nicht merkt, welchen Satz man bejaht haben will. Kunstgriff 11 Machen wir eine Induktion und er gesteht uns die einzelnen Fälle, durch die sie aufgestellt werden soll, zu, so müssen wir ihn nicht fragen, ob er auch die aus diesen Fällen hervorgehende allgemeine Wahrheit zugebe, sondern sie nachher als ausgemacht und zugestanden einführen, denn bisweilen wird er dann selbst glauben, sie zugegeben zu haben, und auch den Zuhörern wird es so vorkommen, weil sie sich der vielen Fragen nach den einzelnen Fällen erinnern, die denn doch zum Zweck geführt haben müssen. Kunstgriff 12 Die Rede über einen allgemeinen Begriff, der keinen eigenen Namen hat, sondern tropisch durch ein Gleichnis bezeichnet werden muss. So müssen wir das Gleichnis gleich so wählen, dass es unserer Behauptung günstig ist. So sind zum Beispiel in Spanien die Namen dadurch die beiden politischen Parteien bezeichnet werden, Serviles und Liberales gewiss von Letzteren gewählt. Der Name Protestanten ist von diesen gewählt, auch der Name Evangelische. Der Name Ketzer aber ist von den Katholiken. Es gilt vom Namen der Sachen auch, wo sie mehr eigentlich sind. Zum Beispiel hat der Gegner irgendeine Veränderung vorgeschlagen, so nenne man sie Neuerung. Denn dies Wort ist gehässig. Umgekehrt, wenn man selbst der Vorschläger ist. Im ersten Falle nenne man als Gegensatz die bestehende Ordnung, im zweiten den Boxbeutel. Dass ein ganz absichtsloser und unparteiischer etwa Kultus oder öffentliche Glaubenslehre nennen würde, das nennt einer, der für sie sprechen will, Frömmigkeit, Gottseligkeit und ein Gegner desselben, Bigotrie, Superstition. Im Grunde ist dies eine feinere Petitio Principii. Was man erst da tun will, legt man zum Voraus ins Wort, in der Benennung, aus welcher es denn durch ein bloß analytisches Urteil hervorgeht. Was der eine sich seiner Person versichern, in Gewahrsam bringen nennt, heißt sein Gegner einsperren. Ein Redner verrät oft schon zum Voraus seine Absicht durch die Namen, die er den Sachen gibt. Der eine sagt die Geistlichkeit, der andere die Pfaffen. Unter allen Kunstgriffen wird dieser am häufigsten gebraucht, instinktmäßig. Glaubenseifer gleich Fanatismus, Fehltritt oder Galanterie gleich Ehebruch, Äquivoken gleich Zoten, derangiert gleich Bankerott, durch Einfluss und Konnexion gleich durch Bestechung und Nepostismus, aufrichtige Erkenntlichkeit gleich gute Bezahlung, Kunstgriff 13 Um zu machen, dass er einen Satz annimmt, müssen wir das Gegenteil dazu geben und ihm die Wahl lassen und dieses Gegenteil recht grell aussprechen, so dass er um nicht paradox zu sein in unseren Satz eingehen muss, der ganz probabil dagegen aussieht. Zum Beispiel er soll zugeben, dass einer alles tun muss, was ihm sein Vater sagt. So fragen wir, soll man in allen Dingen den Eltern ungehorsam oder gehorsam sein? Oder ist von irgendeiner Sache gesagt oft? So fragen wir, ob unter oft wenige Fälle oder viel verstanden sind. Er wird sagen viele. Es ist, wie wenn man grau neben schwarz legt, so kann es weiß heißen. Und legt man es neben weiß, so kann es schwarz heißen. Kunstgriff 14 Ein unverschämter Streich ist es, wenn man nach mehreren Fragen, die er beantwortet hat, ohne dass die Antworten zugunsten des Schlusses, den wir beabsichtigen, ausgefallen wären, nun den Schlusssatz, den man dadurch herbeiführen will, obgleich er gar nicht daraus folgt, dennoch es dadurch bewiesen aufstellt und triumphierend ausschreit. Wenn der Gegner schüchtern oder dumm ist und man selbst viel Unverschämtheit und eine gute Stimme hat, so kann das recht gut gelingen. Gehört zur Fallatia non cause ut cause Täuschung durch Annahme des Nicht-Grundes als Grund. Kunstgriff 15 Wenn wir haben wir vor der Hand etwas Vernünftiges gesagt und müssen nun weitersehen oder wir fügen nun den vorhergehenden Kunstgriff hinzu und behaupten nun, daraus sei unser Paradoxon bewiesen. Hierzu gehört die äußerste Unverschämtheit, aber es kommt in der Erfahrung vor und es gibt Leute, die dies alles instinktmäßig ausüben. Kunstgriff 16 Argumenta ad hominem oder ex concessis Bei einer Behauptung des Gegners müssen wir suchen, ob sie nicht etwa irgendwie, nötigenfalls auch nur scheinbar, im Widerspruch steht mit irgendetwas, das er früher gesagt oder zugegeben hat oder mit den Satzungen einer Schule oder Sekte, die er gelobt und gebilligt hat oder mit dem Tun der Anhänger dieser Sekte oder auch nur der unechten und scheinbaren Anhänger oder mit seinem eigenen Tun und Lassen. Verteidigt er zum Beispiel den Selbstmord, so schreit man gleich Warum hängst du dich nicht auf? Oder er behauptet zum Beispiel Berlin sei ein unangenehmer Aufenthalt, gleich schreit man Warum fährst du nicht gleich mit der ersten Schnellpost ab? Es wird sich doch irgendwie eine Schikane herausglauben lassen. Kunstgriff 17 Wenn der Gegner uns durch einen Gegenbeweis bedrängt, so werden wir uns oft retten können durch eine feine Unterscheidung, an der wir früher freilich nicht gedacht haben, wenn die Sache irgendeine doppelte Bedeutung oder einen doppelten Fall zulässt. Kunstgriff 18 Merken wir, dass der Gegner eine Argumentation ergriffen hat, mit der er uns schlagen wird, so müssen wir es nicht dahin kommen lassen, ihn solche nicht zu Ende führen zu lassen, sondern bei Zeiten den Gang der Disputation unterbrechen, abspringen oder ablenken und auf andere Sätze führen, kurz eine Mutatio Controversie, Verschiebung der Streitfrage zu Wege bringen. Hierzu Kunstgriff 29 Kunstgriff 19 Fordert der Gegner uns ausdrücklich auf, gegen irgendeinen bestimmten Punkt seiner Behauptung etwas vorzubringen. Wir haben aber nichts Rechtes, so müssen wir die Sache recht ins Allgemeine spielen und uns dann gegen dieses reden. Wir sollen sagen, warum einer bestimmten physikalischen Hypothese nicht zu trauen ist. So reden wir über die Trüglichkeit des menschlichen Wissens und erläutern sie an aller Hand. Kunst Griff 20 Wenn wir als Grund als Grund annimmt ist. Kunstgriff 21 Bei einem bloß scheinbaren oder sophistischen Argument des Gegners, welches wir durchschauen, können wir zwar es auflösen durch Auseinandersetzung seiner Verfänglichkeit und Scheinbarkeit, allein besser ist es, ihm mit einem ebenso scheinbaren und sophistischen Gegenargument zu begegnen und so abzufertigen. Denn es kommt ja nicht auf die Wahrheit, sondern den Sieg an. Gibt er zum Beispiel ein Argumentum Ad hominem, so ist es hinreichend, es durch ein Gegenargument Ad hominem Ex Konzessis zu entkräftigen. Und überhaupt ist es kürzer, statt einer langen Auseinandersetzung der wahren Beschaffenheit der Sache, ein Argumentum Ad hominem zu geben, wenn es sich darbietet. Kunstgriff 22 Fordert er, dass wir etwas zugeben, daraus das in Streit stehende Problem unmittelbar folgen würde, so lehnen wir es ab, indem wir es für eine Petitio Principii ausgeben, denn er und die Zuhörer werden einen dem Problem nahe verwandten Satz leicht als mit dem Problem identisch ansehen. Und so entziehen wir ihm sein bestes Argument. Kunstgriff 23 Der Widerspruch und der Streit reizt zur Übertreibung der Behauptung. Wir können also den Gegner durch Widerspruch reizen, eine an sich und in gehöriger Einschränkung allenfalls wahre Behauptung über die Wahrheit hinaus zu steigern. Und wenn wir nun diese Übertreibung widerlegt haben, so sieht es aus, als hätten wir auch seinen ursprünglichen Satz widerlegt. Dagegen haben wir selbst uns zu hüten, nicht uns durch Widerspruch zur Übertreibung oder weiteren Ausdehnung unseres Satzes verleiten zu lassen. Oft auch wird der Gegner selbst unmittelbar suchen, unsere Behauptung weiter auszudehnen, als wir sie gestellt haben. Dem müssen wir dann gleich Einhalt tun und ihn auf die Grenzlinie unserer Behauptung zurückführen mit So viel habe ich gesagt und nicht mehr. Kunstgriff 24 Die Konsequenzmacherei Man erzwingt aus dem Satze des Gegners durch falsche Folgerungen und Verdrehungen der Begriffe Sätze, die nicht darin liegen und gar nicht die Meinung des Gegners sind, hingegen absurd oder gefährlich sind. Da es nun scheint, dass aus seinem Satze solche Sätze, die entweder sich selbst oder anerkannten Wahrheiten widersprechen, hervorgehen. So gilt dies für indirekte Widerlegung Apagoge und ist wieder eine Anwendung der Fallazian und Cause und Cause eine Täuschung, in der man einen Nichtgrund als Grund annimmt. Kunstgriff 25 Er betrifft die Apagoge durch eine Instanz Exemplum in Contrarium. Die Epagogi Induktio bedarf einer großen Menge Fälle, um ihren allgemeinen Satz aufzustellen. Die Apagogi braucht nur einen einzigen Fall aufzustellen, zu dem der Satz nicht passt und der ist umgeworfen. Ein solcher Fall heißt Instanz. Instasis Exemplum in Contrarium Instanzia Gegenbeispiel Zum Beispiel der Satz Alle Wiederkäuer sind gehörnt wird umgestoßen durch eine einzige Instanz der Kamele. Die Instanz ist ein Fall der Anwendung der allgemeinen Wahrheit, etwas unter den Hauptbegriff derselben zu subzumierendes, davon aber jene Wahrheit nicht gilt und dadurch ganz umgestoßen wird. Allein dabei können Täuschungen vorgehen. Wir haben also bei Instanzen, die der Gegner macht, Folgendes zu beobachten. Erstens, ob das Beispiel auch wirklich wahr ist. Es gibt Probleme, deren einzig wahre Lösung die ist, dass der Fall nicht wahr ist, zum Beispiel viele Wunder, Geistergeschichten und so weiter. Zweitens, ob es auch wirklich unter den Begriff der aufgestellten Wahrheit gehört. Das ist oft nur scheinbar und durch eine scharfe Distinktion zu lösen. Drittens, ob es auch wirklich in Widerspruch steht mit der aufgestellten Wahrheit. Auch dies ist oft nur scheinbar. Kunstgriff 26 Ein brillanter Streich ist die Retorsio Argumenti. Wenn das Argument, das er für sich gebrauchen will, besser gegen ihn gebraucht werden kann, zum Beispiel er sagt, es ist ein Kind, man muss ihm was zugute halten. Retorsio, eben weil es ein Kind ist, muss man es züchtigen, damit es nicht verhärte in seinen bösen Angewohnheiten. Kunstgriff 27 Wird bei einem Argument der Gegner unerwartet böse, so muss man dieses Argument eifrig urgieren. Nicht bloß, weil es gut ist, ihn in Zorn zu versetzen, sondern weil zu vermuten ist, dass man die schwache Seite seines Gedankenganges berührt hat und ihm an dieser Stelle wohl auch noch mehr anzuhaben ist, als man vor der Hand selber sieht. Kunstgriff 28 Dieser ist hauptsächlich anwendbar, wenn Gelehrte vor ungelehrten Zuhörern streiten. Wenn man kein Argumentum ad rem hat und auch nicht einmal eines ad hominem, so macht man eines ad auditores an die Zuhörer, das heißt einen ungültigen Einwurf, dessen Ungültigkeit aber nur der Sachkundige einsieht. Ein solcher ist der Gegner, aber die Hörer nicht. Er wird also in ihren Augen geschlagen, zumal wenn der Einwurf seine Behauptung irgendwie in ein lächerliches Licht stellt. Zum Lachen sind die Leute gleichbereit und man hat die Lache auf seiner Seite. Die Nichtigkeit des Einwurfs zu zeigen, müsste der Gegner eine lange Auseinandersetzung machen und auf die Prinzipien der Wissenschaft oder sonstige Angelegenheit zurückgehen. Dazu findet er nicht leicht Gehör. Exempel Der Gegner sagt, bei der Bildung des Urgebirgs war die Masse, aus welcher der Granit und alles übrige Urgebirg kristallierte, flüssig durch Wärme, also geschmolzen. Die Wärme musste etwa 200 Grad sein. Die Masse kristallisierte unter der sie bedeckenden Meeresfläche. Wir machen das Argumentum ad auditores, dass bei jener Temperatur, ja schon lange vorher bei 80 Grad das Meer längst verkocht wäre und in der Luft schwebte als Dunst. Die Zuhörer lachen. Um uns zu schlagen, hätte er zu zeigen, dass der Siedepunkt nicht allein von dem Wärmegrad, sondern ebenso sehr von dem Druck der Atmosphäre abhängt. Und dieser, sobald etwa das halbe Meerwasser in Dunstgestalt schwebt, so sehr erhöht ist, dass auch bei 200 Grad noch kein Kochen stattfindet. Aber dazu kommt er nicht, da es bei Nichtphysikern eine Abhandlung bedarf. Kunstgriff 29 Merkt man, dass man geschlagen wird, so macht man eine Diversion, das heißt fängt mit einem Male von etwas ganz anderem an, als gehörte es zur Sache und wäre ein Argument gegen den Gegner. Dies geschieht mit einiger Bescheidenheit, wenn die Diversion doch noch überhaupt das Thema Questionis Streitgegenstand betrifft. Unverschämt, wenn es bloß den Gegner angeht und gar nicht von der Sache redet. Zum Beispiel ich lobte, dass China kein Geburtsadel sei und die Ämter nur in Folge von Examina erteilt werden. Mein Gegner behauptete, dass Gelehrsamkeit ebenso wenig als Vorzüge der Geburt, von denen er etwas hielt, zu Ämtern fähig machte. Nun ging es für ihn schief. Sogleich machte er die Diversion, dass in China alle Stände mit der Bastonade gestraft werden, welches er mit dem vielen Teetrinken in Verbindung brachte und beides den Chinesen zum Vorwurf machte. Wer nun gleich auf alles sich einließe, würde sich dadurch haben ableiten lassen und den schon errungenen Sieg aus den Händen gelassen haben. Unverschämt ist die Diversion, wenn sie die Sache questionis ganz und gar verlässt und etwa abhebt. Ja, und so behaupteten sie neulich ebenfalls etc. Denn da gehört sie gewissermaßen zum Persönlich Werden, davon in dem letzten Kunstgriff die Rede sein wird. Sie ist genau genommen eine Mittelstufe zwischen dem da selbst zu erörternden Argumentum ad personam und dem Argumentum ad hominem. Wie sehr gleichsam angeboren dieser Kunstgriff sei, zeigt jeder Zank zwischen gemeinen Leuten. Wenn nämlich einer dem anderen persönliche Vorwürfe macht, so antwortet dieser nicht etwa durch Widerlegung desselben, sondern durch persönliche Vorwürfe, die er dem Ersten macht, die ihm selbstgemachten stehen lassend, also gleichsam zugebend. Er macht es wie Scipio, der die Katarger nicht in Italien, sondern in Afrika angriff. Im Kriege mag solche Diversion zu Zeiten taugen. Im Zanken ist sie schlecht, wenn man die empfangenen Vorwürfe stehen lässt und der Zuhörer alles Schlechte von beiden Parteien erfährt. Im Disputieren ist sie Faut de Mieux in Ermangelung eines Besseren gebräuchlich. Kunstgriff 30 Das Argumentum ad vere kundiam an die Ehrfurcht appellierende Argument. Statt der Gründe brauche man Autoritäten nach Maßgabe der Kenntnisse des Gegners. Unus kiske marwult credere quam judicare. Jeder will lieber glauben als urteilen, sagt Seneca. Man hat also leichtes Spiel, wenn man eine Autorität für sich hat, die der Gegner respektiert. Es wird aber für ihn desto mehr gültige Autoritäten geben, je beschränkter seine Kenntnisse und Fähigkeiten sind. Sind etwa diese vom ersten Rang, so wird es höchst wenige und fast gar keine Autoritäten für ihn geben. Allenfalls wird er die der Leute vom Fach in einer ihm wenig oder gar nicht bekannten Wissenschaft, Kunst oder Handwerk gelten lassen und auch diese mit Misstrauen. Hingegen haben die gewöhnlichen Leute tiefen Respekt für die Leute vom Fach jeder Art. Sie wissen nicht, dass wer Profession von der Sache macht, nicht die Sache liebt, sondern seinen Erwerb. Noch, dass wer eine Sache lehrt, sie selten gründlich weiß, denn wenn er sie gründlich studiert, dann bleibt meistens keine Zeit zum Lehren übrig. Allein für das Vulgus gibt es gar viele Autoritäten, die Respekt finden. Hat man daher keine ganz passende, so nehme man eine scheinbar passende und führe an, was einer in einem anderen Sinn oder in anderen Verhältnissen gesagt hat. Autoritäten, die der Gegner gar nicht versteht, wirken meistens am meisten. Ungelehrte haben einen eigenen Respekt vor griechischen und lateinischen Floskeln. Auch kann man die Autoritäten nötigenfalls nicht bloß verdrehen, sondern geradezu verfälschen oder gar welche anführen, die ganz aus eigener Erfindung sind. Meistens hat er das Buch nicht zur Hand und weiß es auch nicht zu Hand haben. Das schönste Beispiel hierzu gibt der französische Couret, der, um nicht wie die anderen Bürger mussten, die Straße vor seinem Hause zu pflastern, einen biblischen Spruch anführte. Paweant illi, ego nun pavebo. Mögen jene beben, ich werde nicht beben. Vom Französischen hergeleitet, verstand man Pawea als Pflastern. Das überzeugte die Gemeinde Vorsteher. Auch sind allgemeine Vorurteile als Autoritäten zu gebrauchen. Denn die meisten denken mit Aristoteles am in polios do que tafta que aene famen. Was vielen richtig scheint, das sagen wir ist. Ja, es gibt keine noch so absurde Meinung, die die Menschen nicht leicht zu der ihrigen machten, sobald man es dahin gebracht hat, sie zu überreden, dass solche allgemein angenommen sei. Das Beispiel wirkt auf ihr Denken wie auf ihr Tun. Sie sind Schafe, die dem Leithammel nachgehen, wohin er auch führt. Es ist ihnen leichter zu sterben als zu denken. Es ist sehr seltsam, dass die Allgemeinheit einer Meinung so viel Gewicht bei ihnen hat, dass sie doch an sich selbst sehen können, wie ganz ohne Urteil und bloß Kraft des Beispiels man Meinungen annimmt. Aber das sehen sie nicht, weil alle Selbsterkenntnis ihnen abgeht. Nur die Auserlesenen sagen mit Plato, Tois Poluis Poladoki Die vielen haben viele Meinungen. Das heißt, das Vulgus hat viele Flausen im Kopf und wollte man sich daran kehren, hätte man viel zu tun. Die Allgemeinheit einer Meinung ist, im Ernst geredet, kein Beweis, ja nicht einmal ein Wahrscheinlichkeitsgrund ihrer Richtigkeit. Die, welche es behaupten, müssen annehmen, erstens, dass die Entstehung in der Zeit jener Allgemeinheit ihre Beweiskraft raubt. Sonst müssten sie alle alten Irrtümer zurückrufen, die einmal allgemein für Wahrheiten galten, zum Beispiel das ptolemäische System oder in allen protestantischen Ländern den Katholizismus herstellen. Zweitens, dass die Entfernung im Raum dasselbe leistet, sonst wird sie die Allgemeinheit der Meinung in den Bekennern des Buddhaismus, des Christentums und des Islam in Verlegenheit versetzen. Nach Bentham Taktik der Assemblée Legislative Was man so prüft hätten hat, auf das Vorurteil der hinlänglichen Fähigkeiten dieser nahmen zuerst einige andere die Meinung ebenfalls an. Diesen wiederum glaubten viele andere, deren Trägheit ihnen anriet, lieber gleich zu glauben, als erst mühsam zu prüfen. So wuchs von Tag zu Tag die Zahl solcher trägen und leichtgläubigen Anhänger. Denn hatte die Meinung erst eine gute Anzahl Stimmen für sich, so schrieben die Folgenden dies dem zu, dass sie solche nur durch die Triftigkeit ihrer Gründe hätte erlangen können. Die noch übrigen waren jetzt genötigt, gelten zu lassen, was allgemein galt, um nicht für unruhige Köpfe zu gelten, die sich gegen allgemeingültige Meinungen auflehnten und naseweise Bursche, die klüger sein wollten als alle Welt. Jetzt wurde die Beistimmung zur Pflicht. Nunmehr müssen die wenigen, welche zu Urteilen fähig sind, schweigen. Und die da reden dürfen, sind solche, welche völlig unfähig eigene Meinungen und eigenes Urteil zu haben, das bloße Echo fremder Meinung sind. Jedoch sind sie desto eifriger und unduldsamere Verteidiger derselben, denn sie hassen am Andersdenkenden nicht sowohl die andere Meinung, zu der er sich bekennt, als die Vermessenheit selbst urteilen zu wollen, was jedoch selbst nie unternehmen und im Stillen sich dessen bewusst sind. Kurzum, denken können sehr wenige, aber Meinungen wollen alle haben. Was bleibt da anderes übrig, als dass sie solche, statt sie sich selber zu machen, ganz fertig von anderen aufnehmen? Da es so zugeht, was will noch die Stimme von hundert Millionen Menschen? So viel wie etwa ein historisches Faktum, das man in hundert Geschichtsschreibern findet, dann aber nachweist, dass sie alle einer den anderen ausgeschrieben haben, wodurch zuletzt alles auf die Aussage eines einzigen zurückläuft. Nach Bale penses sur le comets Ich sage es, du sagst es, aber schließlich sagt es auch jener. Hat man es so oft gesagt, bleibt nichts als Sage zu sehen. Nichts desto weniger kann man im Streit mit gewöhnlichen Leuten die allgemeine Meinung als Autorität gebrauchen. Überhaupt wird man finden, dass wenn zwei gewöhnliche Köpfe miteinander streiten, meistens die gemeinsam von ihnen erwählte Waffe Autoritäten sind. Damit schlagen sie aufeinander los. Hat der bessere Kopf mit einem solchen zu tun, so ist das Rätlichste, dass es sich auch zu dieser Waffe bequeme, sie auslesend nach Maßgabe der Blößen seines Gegners. Denn gegen die Waffe der Gründe ist dieser Ex Hypothesi, ein gehörnter Siegfried, eingetaucht in die Flut der Unfähigkeit zu denken und zu urteilen. Vor Gericht wird eigentlich nur mit Autoritäten gestritten, die Autorität der Gesetze, die feststeht. Das Geschäft der Urteilskraft ist das Auffinden des Gesetzes, das heißt der Autorität, die im gegebenen Fall Anwendung findet. Die Dialektik hat aber Spielraum genug, in dem erforderlichen Falls der Fall und ein Gesetz, die nicht eigentlich zueinander passen, gedreht werden, bis man sie füreinander passend ansieht, auch auch umgekehrt. Kunstgriff 31 Wo man gegen die dargelegten Gründe des Gegners nichts vorzubringen weiß, erkläre man sich mit feiner Ironie für inkompetent. Was sie da sagen, übersteigt meine schwache Fassungskraft. Es mag sehr richtig sein, allein ich kann es nicht verstehen und begebe mich alles Urteils. Dadurch insinuiert man den Zuhörern, bei denen man in Ansehen steht, dass es Unsinn ist. So erklärten beim Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft oder vielmehr beim Anfang ihres erregten Aufsehens viele Professoren von der alten eklektischen Schule wir verstehen das nicht und glaubten sie dadurch abgetan zu haben. Als aber einige Anhänger der neuen Schule ihnen zeigten, dass sie recht hätten und es wirklich nur nicht verstanden, wurden sie sehr übler Laune. Man darf den Kunstgriff nur da brauchen, wo man sicher ist, bei den Zuhörern in entschieden höherem Ansehen zu stehen als der Gegner. Zum Beispiel ein Professor gegen einen Studenten. Eigentlich gehört dies zum vorherigen Kunstgriff und ist ein Geltendmachen der eigenen Autorität, statt der Gründer auf besonders maliziöse Weise. Der Gegenstreich ist, erlauben sie mir, bei ihrer großen Penetration muss es ihnen ein leichtes sein, es zu verstehen und kann nur meine schlechte Darstellung schuld sein. Und nun ihm die Sache so ins Maul schmieren, dass er sie Nolens Wollens man mag wollen oder nicht verstehen muss und klar wird, dass sie sie vorhin wirklich nur nicht verstand. So ist retorquiert. Es sollte uns Unsinn insinuieren. Wir haben ihm Unverstand bewiesen. Beides mit schönster Höflichkeit. Kunstgriff 32 Eine uns entgegenstehende Behauptung des Gegners können wir auf eine kurze Weise dadurch beseitigen oder wenigstens verdächtig machen, dass wir sie unter eine verhasste Kategorie bringen, wenn sie auch nur durch eine Ähnlichkeit oder sonst lose mit ihr zusammenhängt. Zum Beispiel das ist Manichäismus, das ist Arianismus, das ist Pelagianismus, das ist Idealismus, das ist Spinozismus, das ist Pantheismus, das ist Browniaismus, das ist Naturalismus, das ist Atheismus, das ist Rationalismus, das ist Spiritualismus, das ist Mystizismus und so weiter. Wir nehmen dabei zweierlei an. Erstens, dass jene Behauptung wirklich identisch oder wenigstens enthalten sei in jener Kategorie, rufen also aus, oh, das kennen wir schon und zweitens, dass diese Kategorie schon ganz widerlegt sei und kein wahres Wort enthalten könne. Kunstgriff Sofisma gibt man die Gründe und leugnet doch die Folgen. Im Widerspruch mit der Regel Arrationale ad rationatum valet konsequentia vom Grund hin zur Folgie ist die Schlussfolgerung zwingend. Jene Behauptung setzt eine Unmöglichkeit, Was in der Theorie richtig ist, muss auch in der Praxis zutreffen Trifft es nicht zu, so liegt ein Fehler in der Theorie Irgendetwas ist übersehen und nicht in Anschlag betrachtet worden Folglich ist es auch in der Theorie falsch Kunstgriff 34 Wenn der Gegner auf eine Frage oder Argument keine direkte Antwort oder Bescheid gibt sondern durch eine Gegenfrage oder eine indirekte Antwort oder gar etwas nicht zur Sache gehöriges ausweicht und woanders hin will so ist dies ein sicheres Zeichen, dass wir, bisweilen ohne es zu wissen auf einen faulen Fleck getroffen haben Es ist ein relatives Verstummen seinerseits Der von uns angeregte Punkt ist also zu regieren und der Gegner nicht vom Fleck zu lassen Selbst dann, wann wir noch nicht sehen, worin eigentlich die Schwäche besteht die wir hier getroffen haben Kunstgriff 35 Der, sobald er praktikabel ist, alle übrigen entbehrlich macht Statt durch Gründe auf den Intellekt wirke man durch Motive auf den Willen Und der Gegner, wie auch der Zuhörer, wenn sie gleiches Interesse mit ihm haben sind sogleich für unsere Meinung gewonnen Und wäre diese aus dem Tollhause geborgt, dann meistens wiegt ein Lot Wille mehr als ein Zentner Einsicht und Überzeugung Freilich geht dies nur unter besonderen Umständen an Kann man dem Gegner fühlbar machen, dass seine Meinung, wenn sie gültig würde, seinem Interesse Merklichen Abbruch täte So wird er sie so schnell fahren lassen, wie ein heißes Eisen Das er unvorsichtigerweise ergriffen hatte Zum Beispiel ein Geistlicher verteidigt ein philosophisches Dogma Man gebe ihm zu vermerken, dass es mittelbar mit einem Grunddogma seiner Kirche in Widerspruch steht Und er wird es fallen lassen Ein Gutsbesitzer behauptet die Vortrefflichkeit des Maschinenwesens in England, wo eine Dampfmaschine vieler Menschen Arbeit tut Man gebe ihm zu verstehen, dass bald auch die Wagen durch Dampfmaschinen gezogen werden wo denn die Pferde seiner zahlreichen Stuterei sehr im Preise sinken müssen Und man wird sehen Wie leichtsinnig machen wir ein Gesetz, das gegen uns selbst spricht Ebenso, wenn die Zuhörer mit uns zu einer Sekte, Gilde, Gewerbe, Club und so weiter gehören Der Gegner aber nicht Seine These sei noch so richtig Sobald wir nur andeuten, dass solche dem gemeinsamen Interesse gesagter Gebilde und so weiter so widerläuft So werden alle Zuhörer die Argumente des Gegners Seien sie auch vortrefflich, schwach und erbärmlich Unsere dagegen Und werden sie aus der Luft gegriffen Richtig und treffend finden Der Chor wird laut für uns sich vernehmen lassen Und der Gegner wird beschämt des Feldräumen Ja, die Zuhörer werden meistens glauben, aus reiner Überzeugung gestimmt zu haben Denn was für uns unvorteilhaft ist, erscheint meistens dem Intellekt absurd Intellektus luminis sicci non est rezipit infusionem voluntate et affectibus Der Verstand ist kein Licht, das ohne Öl brennt, sondern er wird vom Willen und den Leidenschaften genährt Dieser Kunstgriff könnte so bezeichnet werden Den Baum bei der Wurzel anfassen Gewöhnlich heißt er das Argumentum ab utili Argument der Nützlichkeit Kunstgriff 36 Den Gegner durch sinnlosen Wortschwall verdutzen, verblüffen Es beruht darauf, dass Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, es müsse sich dabei auch was denken lassen Goethe Faust Wenn nur seiner eigenen Schwäche im Stillen bewusst ist Wenn er gewohnt ist, mancherlei zu hören, was er nicht versteht Und doch dabei zu tun, als verstände er es So kann man ihm dadurch imponieren Dass man ihm einen gelehrt oder tiefsinnig klingenden Unsinn Bei dem ihm Hören, Sehen und Denken vergeht Mit ernsthafter Miene vorschwatzt Und solches für den unbestreitbarsten Beweis seiner eigenen Thesis ausgibt Bekanntlich haben in neueren Zeiten Selbst dem ganzen deutschen Publikum gegenüber Einige Philosophen diesen Kunstgriff mit dem brillantesten Erfolg angewandt Weil aber Exemplar odiosa sind Wollen wir ein älteres Beispiel nehmen Aus Goldsmith Vicar of Wakefield Kapitel 7 Kunstgriff 37 Der einer der ersten sein sollte Wenn der Gegner auch in der Sache recht hat Allein glücklicherweise für selbige einen schlechten Beweis wählt So gelingt es uns leicht, diesen Beweis zu widerlegen Und nun geben wir dies für eine Widerlegung der Sache aus Im Grunde läuft dies darauf zurück Dass wir ein Argumentum ad hominem Für eines ad rem ausgeben Fällt ihm oder den Umstehenden kein richtiger Beweis bei So haben wir gesiegt Zum Beispiel wenn einer für das Dasein Gottes den ontologischen Beweis aufstellt Der sehr wohl widerlegbar ist Dies ist der Weg, auf welchem schlechte Advokaten eine gute Sache verlieren Sie wollen sie durch ein Gesetz rechtfertigen, das darauf nicht passt Und das Passende fällt ihnen nicht ein Letzter Kunstgriff Wenn man merkt, dass der Gegner überlegen ist und man Unrecht behalten wird So werde man persönlich beleidigend grob Das Persönlichwerden besteht darin, dass man von dem Gegenstand des Streites, weil man da verlorenes Spiel hat, abgeht auf den Streitenden und seine Person irgendwie angreift Man könnte es nennen Argumentum ad personam Zum Unterschied vom Argumentum ad hominem Dieses geht vom rein objektiven Gegenstand ab Um sich an das zu halten, was der Gegner darüber gesagt oder zugegeben hat Beim Persönlichwerden aber verlässt man den Gegnerstand ganz Und richtet seinen Angriff auf die Person des Gegners Man wird also kränkend, hämisch, beleidigend, grob Es ist eine Appellation von den Kräften des Geistes an die des Leibes oder an die Tierheit Diese Regel ist sehr beliebt, weil jeder zur Ausführung tauglich ist und wird daher häufig angewandt Nun fragt man sich, welche Gegenregel hierbei für den anderen Teil gilt Denn will er dieselbe gebrauchen, so wird's eine Prügelei oder ein Duell oder ein Injurienprozess Man würde sich sehr irren, wenn man meint, es sei hinreichend, selbst nicht persönlich zu werden Denn dadurch, dass man einem ganz gelassen zeigt, dass er Unrecht hat und so falsch urteilt und denkt Was bei jedem dialektischen Sieg der Fall ist, erbittert man ihn mehr als durch einen groben, beleidigenden Ausdruck Warum? Weil wie Hobbes de Siv, Kapitel 1 sagt Alle Herzensfreude und alle Heiterkeit sind darauf zurückzuführen, dass man Menschen habe, im Vergleich zu denen man hoch von sich selbst denken kann Dem Menschen geht nichts über die Befriedigung seiner Eitelkeit Und keine Wunde schmerzt mehr als die, die dieser geschlagen wird Daraus stammen Redensarten wie Die Ehre gilt mehr als das Leben und so weiter Diese Befriedigung der Eitelkeit entsteht hauptsächlich aus der Vergleichung seiner mit anderen In jeder Beziehung, aber hauptsächlich in Beziehung auf die Geisteskräfte Diese eben geschieht effektive und sehr stark beim Diskutieren Daher die Erbitterung des Besiegten, ohne dass ihm Unrecht widerfahren Und daher sein Greifen zum letzten Mittel, diesem letzten Kunstgriff Dem man nicht entgehen kann durch bloße Höflichkeit seinerseits Große Kaltblütigkeit kann jedoch auch hier aushelfen, wenn man nämlich, sobald der Gegner persönlich wird, ruhig antwortet Das gehörte nicht zur Sache und sogleich auf diese zurücklehnt und fortfährt Ihm hier sein Unrecht zu beweisen, ohne seine Beleidigungen zu achten Also gleichsam wie Themistokles zu Euribiades sagt Die einzig sichere Gegenregel ist daher die, welche schon Aristoteles im letzten Kapitel der Topika gibt Nicht mit dem Ersten, dem Besten zu disputieren Sondern allein mit solchen, die man kennt Und von denen man weiß, dass sie Verstand genug haben Nicht gar zu Absurdes vorzubringen und dadurch beschämt werden zu müssen Und um mit Gründen zu disputieren und nicht mit Machtsprüchen Und um auf Gründe zu hören und darauf einzugehen Und endlich, dass sie die Wahrheit schätzen Gute Gründe gern hören, auch aus dem Munde des Gegners Und Billigkeit genug haben, um es ertragen zu können Unrecht zu behalten, wenn die Wahrheit auf der anderen Seite liegt Daraus folgt, dass unter hundert kaum einer ist Der wert ist, dass man mit ihm disputiert Die übrigen lasse man reden, was sie wollen Denn dispere est juris gentium Es ist ein Völkerrecht, unverständig zu sein Und man bedenke, was Voltaire sagt Der Friede ist mehr wert als die Wahrheit Und ein arabischer Spruch ist Am Baume des Schweigens hängt seine Frucht der Friede Das Disputieren ist als Reibung der Köpfe allerdings oft vom gegenseitigen Nutzen Zur Berichtigung der eigenen Gedanken und auch zur Erzeugung neuer Ansichten Allein beide Disputanten müssen an Gelehrsamkeit und an Geist ziemlich gleich stehen Fehlt es einem an der ersten, so versteht er nicht alles, ist nicht au niveau Fehlt es ihm am zweiten, so wird die dadurch herbeigeführte Erbitterung ihn zu Unredlichkeiten und Kniffen oder zu Grobheit verleiten Zwischen der Disputation in colloquio privato sieve familiari Private oder vertraute Unterhaltung Und der Disputatio solemnis publica pro gradu Feierliche, öffentliche Disputationen, um einen Hochschulgrad zu erwerben Und so weiter Ist kein wesentlicher Unterschied Bloß etwa, dass bei Letzterer gefordert wird, dass der Respondenz allemal gegen den Opponents Recht behalten soll Und deshalb nötigenfalls der Präses ihm beispringt Oder auch, dass man bei Letzterer mehr förmlich argumentiert Seine Argumente gern in die strenge Schlussform kleidet Und das ist ein wesentlicher Weg, dass der Präses ihm beispringt Und das ist ein wesentlicher Weg, dass der Präses ihm beispringt